Facebook-Fanpages analysiert, heute geht es um Dell. Mein Name ist Philipp Saub, ich bin von der Riedem AG und Sie schauen auf Website-Marketing.ch. Ich habe mittlerweile rund zwölf solche Fanpages auf Facebook analysiert. Die grössten, vor allem grosse Firmen, ich werde sicherlich auch noch kleinere, lokalere Firmen anschauen. Heute geht es aber um Dell. Vielleicht erinnern Sie sich noch an die Story Dell Hell von Jeff Jarvis, das im Buch What Would Google Do sehr gut beschrieben wird. Falls Sie das noch nicht gelesen haben, dort hat Dell spätestens gemerkt, dass Social Media Marketing ein wesentlicher Faktor Ihres Erfolges ist. Es ging da vor allem um Twitter. Das heisst, Sie haben dann auf Twitter stark angefangen, sich zu engagieren und auch sehr viele Abverkäufe darüber generieren können. Ich habe aber Ihre Facebook-Fanpage analysiert, das sind die Kriterien. Erstens gibt es einen Vanity-URL, also den eigenen URL. Haben Sie ein Profilbild mit dem Logo drauf, ist der Titel, der sei gut gewählt. Gibt es eine Welcome-Page, wird Fan-Gating betrieben, also animiert man die Besucher dazu, auch auf den Fan- oder Like-Button zu klicken. Dann ist die Info kurz und vor allem mit einem URL versehen. Sind die Standard-Tabs wie Foto, Video und Veranstaltungen drin? Gibt es einen Info-Tab, der ausgefüllt ist? Individuelle Landingpages sind die drin? Wie schaut der Fotostrip, das sind die Bilder oben drin aus? Gibt die Seite selber auch Empfehlungen ab? Ist der Status abgedatet, also läuft da was auf der Seite? Und haben Sie vor allem auch Kommentare drin? Das sind also die Kriterien, die ich beurteilt habe, von all den Sites vorher schon. Starbucks immer noch der Leader mit 13 von maximal 13 Punkten. Schauen wir mal an, wie das Dell gelöst hat. Ich fange gleich oben links ab. Vanity URL mit slash Dell ist gegeben. Ist natürlich cool. Ich glaube, 4 ist die kürzeste Anzahl von Zeichen, die überhaupt erlaubt sind. Das passt also. Dann haben wir das Profilbild hier drin. Dell ist hier als Logo drin. Ist mal perfekt gemacht. Und dann gleich irgendein neues Produkt, das hier vorgestellt wurde. Gut. Dann Dell. Hier der Titel. Klar, könnten auch wieder Keywords drin sein. Aber passt auch so. Dann einen Call-to-Action habe ich hier keinen gefunden. Es gibt hier verschiedene, individuelle Tabs hier unten. Aber nicht mit Call-to-Action oder Fan-Gating. Dann die Infobox. Scroll ich runter. Die ist hier. Ich klicke hier auf mehr und kriege dir dann auch einen URL. Also auch diesen Punkt kann man hier geben. Dann sind die Standard-Tabs ausgefüllt. Auch hier muss ich auf mehr klicken. Und dann kriege ich Sachen wie eben Videos oder Fotos. Also auch das ist gegeben. Veranstaltungen sind drin. Den Punkt kann man auch geben. Den Info-Tab. Da klicken wir kurz drauf. Der wurde ausgefüllt. Und hier sieht man eben die anderen Aktivitäten von Dell. Und das finde ich sehr schön gelöst. Als auch andere Facebook-Fanpages von Dell selber. Was hier eigentlich fehlt, ist meiner Meinung nach der Link auf Twitter drauf. Aber immerhin gut ausgefüllt. Vor allem gut verlinkt. Dann individuelle Landing-Tabs. Da haben wir hier beispielsweise ein Home-Tab. Für mich ein bisschen chaotisch aufgebaut. Gibt es aber. Was ich auch noch cool finde, ist hier diese Ask-Review. Das heisst, ich kann hier Fragen stellen und es antwortet dann jemand per Video. Finde ich generell ein sehr cleveres Instrument, um dann auch mehrere Menschen erreichen zu können. Und nicht, ich sage jetzt mal, mit einem E-Mail zu antworten. Also one-to-one Kommunikation. Dann gehen wir zurück und schauen uns den Fotostrip an. Den haben wir hier oben drin. Der ist schlecht gelöst. Da wurden auch wieder irgendwelche Bilder mit Dell getaggt. Random mässig. Also nicht von Dell ausgefüllt. Dann empfiehlt die Seite andere Seiten. Das tut sie hier. Meiner Meinung nach aber alles. Bis vielleicht auf die Dell-Seiten. Aber trotzdem, auch die Seite empfiehlt andere Seiten. Statusmässig kann ich hier keine so gute Note geben. 4. Dezember, das war vor vier Tagen. Dann 2. Dezember, naja, also gerade regelmässig 30. November wird hier nicht abgedatet. Den Punkt würde ich also nicht geben. Trotzdem, Dell hat für mich eine gute Falle hinterlassen. Schauen wir mal an, wie das im Punkte-Resultat ausschaut. Ich gehe es noch mal kurz durch. Welcome-Page nicht optimal und auch kein Call-to-Action. Also das ganze Fangating hat man nicht gemacht. Den Fotostrip nicht selber angelegt und dann den Statusabteil etwas schwach. Ich denke mal, für so eine grosse Firma nur alle paar Tage etwas zu posten auf Facebook reicht wahrscheinlich nicht. Trotzdem kommt die Firma mit dem, was sie hier erreicht hat, auf 9 Punkten. Lizo ganz gut im Rennen drin. Gleichauf beispielsweise mit SAP. Ob schon natürlich Dell ungefähr 10 mal so viele Fans hat wie SAP. Klar, SAP im B2B-Bereich. Dell eher im B2C-Bereich. Ich würde mich natürlich interessieren, was ihr zu der Seite sagt. Habt ihr andere Sites, die ihr analysiert haben wollt? Dann bitte wie immer hier in den Kommentaren. Mein Name ist Philipp Sauber. Ich bin von der Rienemage und Sie haben Website-Marketing.ch geschaut. Ich bin von der Rienemage und Sie haben die Erklärung. Ich bin von der Rienemage und Sie haben die Erklärung. Vielen Dank.